Hallo zusammen, hier ist wieder heute Laren und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, den wir uns von einem Händler kaufen können. Und zwar sind wir mittlerweile in Patch 10.2.5 angelangt. Und hier gibt es einmal eine neue Fraktion, und zwar schimpft sich die Fraktion Archive von Azeroth. Und die hat ihren Sitz einmal in Taldrasso, also wir sind auf den Dracheninseln, dann einmal auf den Taldrasso und dann sind wir hier auf den Koordinaten 61, 31. Und zwar ist das ein Turm auf so einer fliegenden Scherbe drauf. Und da müssen wir nicht oben in den Turm rein, sondern hier unten. Und da haben wir eine Händlerin, und die verkauft uns einen Haufen Zeug. Das ist übrigens auch eine Ruffraktion, aber um den Staff kaufen zu können, braucht ihr keinerlei Ruf. Also der Ruf ist nicht für die Items notwendig. Und ja, was verkauft ihr uns Schönes? Wir haben sehr viele Timog-Items dabei und unter anderem auch einen Mount. Und zwar haben wir das Mount auf der letzten Seite. Das ist einmal Steinbalkpacktier des Forschers. Das kostet insgesamt 20.000 von diesen mysteriösen Fragmenten. Und wo ihr die herkriegt und was wir dafür jetzt alles kriegen, will ich euch jetzt mal erklären. Prinzipiell gibt es zwei Hauptquellen für diese Fragmente. Einmal gibt es ein Event. Und zwar dieses Event haben wir in dem Azublauen Gebirge. Und zwar hier unten ist das einmal. Und das schimpft sich das große Buddeln, Ruhestätte des Verräters. Und das findet jede Stunde statt, immer zur vollen halben Stunde. Heißt um 0.30 Uhr, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und so weiter. Und das geht etwa 10 Minuten. Da müsst ihr ja quasi einfach ein bisschen Zeug mit anbuddeln, ausbuddeln. Da könnt ihr auch so Sachen draufklicken. Ihr könnt auch kleine Sonderevents machen. Ist alles relativ basic und nicht sonderlich kompliziert. Und umso mehr Leute da mitmachen, beziehungsweise umso mehr ihr selber macht, füllt sich oben in Balken. Und dann gibt es halt, je nachdem wie viel ihr da gemacht habt, quasi Münzen oder diese Währung halt. Wir können zu schätzen, 300 bis 500 könnt ihr pro Event da rauskriegen. Also pro Stunde sowas um den Dreh rum. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr einmal eine Weekly-Quest habt. Diese Weekly-Quest könnt ihr auch hier annehmen. Ich glaube hier von dem Kollegen gleich. Die bringt einmal auf dem Account 5000 pro Woche. Ihr könnt die zwar so oft machen, wie ihr wollt, aber diese 5000 Marken bekommt ihr nur einmal mit einer kleinen Ausnahme. Wenn ihr es clever macht und ihr mehrere Accounts habt, könnt ihr sie zeitgleich abgeben. Und dann könnt ihr das ein bisschen schießen. Aber wenn ihr nur einen Account habt, dann könnt ihr es nur ein einziges Mal machen. Also pro Woche zumindest. Also jede Woche 5K über diese Weekly-Quest. Dann habt ihr noch eine andere Möglichkeit. Und zwar haben die zwei Kollegen da hinten auch noch eine relativ lange Quest-Reihe. Und darüber schaltet ihr World-Quest frei. Es ist jetzt so, in der Quest-Reihe hatte ich glaube ich auch ein paar Marken bekommen, meine ich. Und am Ende hatte ich drei World-Quests freigeschalten. Und da hat man auch diese Marken bekommen. Wenn ihr diese komplette Quest-Reihe durch habt, dann müsst ihr einmal in die Küste der Wachens hier was machen. In Onara habe ich was machen müssen. In der Höhle, in Saralek-Höhle, beziehungsweise verbotene Insel. Da wird man überall mit der Quest hingeschickt. Und wie gesagt, dann hat man World-Quest freigeschalten. Ich habe drei Stück bekommen. Und die waren quasi jetzt B-Weekly. Heißt, die sind dreieinhalb Tage aktiv. Bedeutet, ich vermute es zumindest, dass in der zweiten Woche, also zweite W-ID-Woche, dass dann ein neues Set von World-Quests aufploppen. Heißt, ihr könnt wahrscheinlich zweimal drei World-Quests pro Woche erledigen. Vielleicht sind es auch mehr. Wir sind jetzt erst am zweiten Tag von den Patches, deswegen kann ich es auch nicht genau sagen. Genau. Und das sind so die Möglichkeiten. Heißt, alle Stunde hier einmal die World-Quests mitnehmen, die Weekly. Und das ist eigentlich der Grind hier bei der Fraktion. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal an, was wir in Items haben. Das allererste ist schon mal interessant. Ihr könnt nämlich tausend Münzen zahlen. Oder tausend mysteriöse Fragmente, so heißen sie ja. Und die umtauschen gegen wieder tausend. Das Ding ist Battle.net Account gebunden. Und dementsprechend könnt ihr es zu einem Twink rüberschicken oder handeln. Und ihr seht, ich habe schon 26 hier im Momentar. Ich habe das nämlich mit meinen Twinks gemacht. Die habe ich immer bei dem Event mit dran stehen. Und da habe ich schon ein paar Marken mit denen gefarmt. Die können wir jetzt dann halt gleich einsetzen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was wir hier sonst noch haben. Also wir haben hier alle möglichen Timox-Sachen. Hier unten in der Vorschule. Seht ihr, das ist ein relativ basic Gürtel. Dann haben wir hier Schuhe. Eine Brust. Dann eine Hose. Und das sind noch Handschuhe. Das ist, glaube ich, eine abgewandelte Farbversion von dem Werbt-ein-Freund-Set so rum. Und ja, sieht ganz nett aus. Kann man auf jeden Fall machen. Kosten hier 5.000, 7.000 Marken. Also ist schon ein bisschen was. Und dann gibt es noch jede Menge Waffen. Hier gibt es zum Beispiel einen Spiegel, eine Schaufel. Dann haben wir hier so einen kleinen Meißel, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir hier so einen Haken. Dann haben wir hier noch einen Kerzenständer. Also der sieht tatsächlich ganz cool aus. Eine Flinte. Dann einen Greifhaken, würde ich jetzt sagen. Dann nochmal eine Schaufel. Eine Brille haben wir hier. Eine weitere Brille. Ein Seil, was ganz nice ist. Abgesehen bis auf die Tatsache, dass das hier irgendwie ins Bein so ein bisschen reinklippt. Dann haben wir eine Spitzhacke. Uh, die Fackel, die ist cool. Naja, okay. Dann haben wir hier so eine Laterne, die auch komisch im Bein drin hängt. Einmal eine Tasche als Rücken. Noch eine Tasche. Und ein Hut, der ein bisschen klein aussieht, muss ich sagen. Irgendwie, weiß ich nicht. Und natürlich das Mount. Das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Ähm, halt. Hä, die Dinger? Ach, ich dachte mir gerade, die muss ich auf den Boden. Das ist ja richtig weird. Die schmeißt du auf den Boden. Und dann kriegst du dir die Marken, oder? Ja. Ich schmeiße es jetzt weg, das Zeug. Warum kann man das nicht einfach anklicken und lernt direkt, sondern muss es auf den Boden schmeißen? Das ist ja mega komisch. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich müsste genug jetzt haben. So, genau. Obwohl, komm. Was soll der Geiz? Jetzt schauen wir, kann ich die irgendwie auf eine Taste beinden? Das ist ja irgendwie jetzt blöd so. Ich habe jetzt hier nicht genug, genug Beins. Na gut, egal. Machen wir es mal so, oder kann ich das ganz schnell? Ach doch, das hat keinen Global Cooldown, seht ihr? Ich kann das durchballern. Interesting. Naja, zumindest das. Okay, jetzt haben wir ein paar Marken. Jetzt kann man auf jeden Fall schon mal hier das Mount kaufen. Und dann lernen wir das einmal. Und schauen uns das natürlich auch an. Also, das heißt einmal Steinbalk, Moment, Steinbalk, da haben wir es, das Forschers. Setzen wir uns einmal auf. Uh, das ist relativ groß, ne? Das ist so ein ziemlich großes Kodo. Ich glaube, das Model an sich hatten wir schon mal mit einer bisschen abgewandelten Farbvariante. Ja, macht schon was her. Hab da so ein tiefer gelegtes Kodo, das so ganz knapp über den Boden schrammt mit dem Hals. Und ja, jetzt gucken wir uns noch das Mount Special an. Okay, ich hätte auch nicht mehr erwartet. Sonderlich viel bewegt sich es nicht beim Mount Special. Aber, naja, ist wieder ein Mount mehr für die Sammlung. Und ja, das war es soweit mit dem kleinen Mount Guide. Habt mich gefreut, dass ihr bei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.